Ab sofort ist diese hier angebotene Zweizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die modernisierte Dachgeschosswohnung liegt in Münster-Nienberge. Das im Jahr 1972 erbaute Mehrparteienhaus wurde 1998 saniert. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 42 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 520 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.